Willkommen zurück! GDR! Hallo! GDR! Der Anne! Der Flöcke! Ja! Kapuzen! Was ist Gucci? Was ist Gucci? Ja! Hi! LOL! Du hast... Du hast alles vergessen! Du hast alles vergessen! Und jetzt werden alle aus der Kurve geschoben! Nein! Das Auto ist super laut! Los! Alle schieben! Alle schieben! Die haben sie auch geschafft! Kapuzen! Du hast einfach mal Gucci gefinnest! Du bist so leid! Ich lebe! Was? Hallo! Hallo! Was? Wenn du mir drohst! Ich hab dich nur was gefragt! Hallo! 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 So Flocke, jetzt erste RNG! Du nimmst auch die Kuh dran! Ich park's! Ich nicht! Ich mach mir da keine Sorgen! Ich pack's! Oh! Ich hab's geschafft! Das ist Glück! Bist du noch drauf? Oh ne! Entschuldigung! Nein! Hier ist ein Reifen! Oh mein, wir wissen schon! Juli! Dank einem's! Nein! Ich hab die Laterne nicht gesehen! Ich wollte eigentlich wirklich nur helfen! Ja! Klar! Ja! Sehen wie noch welche vidéos? Oh nein, jetzt, wer wird geslammt? Ich werd geslamt! Oh nein! Ich werde auch geslammt. Das Auto ist aber eigentlich am Schneid. Das Auto ist ein Lego-Auto für mich. Wie so ein Dread aus der Sonnenbrau-Auto. Potter hat geholfen. Das Auto frisst sich hier so viel umziehen. Das Auto frisst sich hier so viel umziehen. Ich bin ein brennender Katzenbusch. Nein, oh Gott. Ich habe die selbe Lücke genommen, wie gut das war. Am 3. Mose 4 erschien ein Items in Form eines brennenden Busches. Es war grün. Oh mein Gott. Ich dachte, der sei viel weiter hin, weil der gepincht wurde. Weiter. Ist doch nicht. Unterwegs, unterwegs. Abkürzung jetzt. Einfach quer rüber. Oh, die haben noch einen Checkpoint eingebaut. Da ist ein Checkpoint in der Mitte. Da war vorher noch keiner. Das stimmt. Der Busch ist fest. Vorsicht. Echt? Aber das Auto ist geil. Das drehst du wirklich selber. Standards. Ohhhh. Ohhhh. Ohhhhh. Nicht ohne Zul. Oh oh, jetzt. Drei. Drei. Nein. Wie hab ich das kleine geschafft? Kennst du die Stelle noch? Wir müssen fahren, Capucio. Wir müssen Chuchu machen. Was fällt ihr euch denn hier an? Nein, 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 nein. Oh, da kommt Potter, ich muss richtig weit hinten sein. Nein. Moment, wo ist Flock eben? Ich bin voll erschreckt. Platz 1 ist mal auf einmal weg. Fahr mal jetzt her. Ja, geht nicht, Alter. Oh mein Gott. Hör auf, bitte. Ich hab nix gemacht. Ja, doch. Okay, jetzt, wer wird getroffen? Oh. Ich soll direkt aus dir. Fuck. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Wer jetzt? Eines. Wer dreht sich denn da, ne? Ich? Aber mach auf. Ich bin eine Flügel. Ballerina. Paine ist sein Rollenbox. He, he, he. Der Rollenbox ist ein armes Tier gewickelt in ein Stück Papier. Er hat nicht viel von mir mehr und fürchte dich von dem Verzehr. Hör auf. Hä, was ist das für ein Auto, Alter? Hör auf. Ich hab vier Räder und eine Karosserie. Mehr brauch ich nicht. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Alles klar. Ohne Gnade. Die Maju ist vergammelt. Ja, du bist schon lange vergammelt, mein Freund. Wer ist denn da hinter mir? Wer ist Zwo? Nein, na das mit gesättigten Fettsäuren. Alter, das war knapp und stylisch. Vorsicht. Wer ist denn auch von Zwo? Oh, süß. Das ist aber auch von Reine. Nein, Checkpoint. Oh, das Rennen ist so gut. Oh, ein Rollmops. Und weiter. Oh, da liegt was Süßes. Hm. Wie man sich aufs Wood fängt. Kaffee. Ich wollte dich reinschubsen. Warum stehst du denn da? Da lag was Süßes auf dem Strang. Auf Holka, Auf Holka. Das ist jetzt natürlich räudig, das Ganze. Oh nein. Riecht räudig. Ich möchte bitte, dass du in den Clip ein Bonbon einpaust. Oh, da lag was Süßes. Oh, da lag was Süßes. Oh, ein Labras. Oh, da liegt eine Pizza Margherita auf dem Boden. Wieso ist das immer so dumm, dass wenn da Controller ausgeht, dass man da nicht merkt. Controller mit Kabel soll das heißen? Ja, hab ich nicht. Warum nicht? Oh nein. Ja, weil ich da gegen Kabel dachte. Bist du lieber kabellos unterwegs, sagst du? Ja. Und zwei Runden okay oder noch eine? Ach, zwei Runden ist okay. Und Monster Trucks. Anne! Ja, Anne! Anne hat ihn vorhin. Aber ich rink dieses Game. Aber ich hab das Süß auch gesehen. Da lag das direkt neben der Ziellin. Unter drei. Beste Runde. Da lag's dir ne Zuckerstange. Weihnachten noch. Was? Was fing jetzt an das zu? Und er sucht das Kabel für seinen Wireless-Controller. Mann, nein. Scheiß, den geht nicht, ey. Krass, geile Geschichte, ey. Räumchen. 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 Ah, guck mal. Perfekt. Jetzt so ein Point-to-Point. Runter von meinem Berg. Wir brauchen drei Minuten. Welches Motorrad, bitte? Wir nehmen die FCR 1000. Die kannst du nach links gut finden. Obwohl, ich glaub, es gibt nicht so viele. Die FCR 1000, bitte. Das war bei mir schon. Ohne Custom, ne? Hoffe ich, dass ihr die genommen habt. Ja, ja. Aber das Wort auf die erste, die man hat. Ja, das war die FCR 1000. Ja, dann habt ihr's ja geschafft. Habt ihr's denn geschafft? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Ich erkenne die Custom von der Nicht-Custom, wenn man alle die jetzt schwimmeln wollten. Jetzt hat einer so roten Beleuchtung. Das sieht man am Ende. Getuned. Da hinter mir sieht schon einer anders aus. Wir sehen alle anders aus. Ach, das ist nur die Farbe. Ach Mist, ich hab die falsche Farbe. Krass. Ich dachte echt erst, dass das... Die roten sind die schnellsten. Der Hotter hinter mir der andere ist. Okay. Mitte wie der Anne. Mitte? Mitte Main. Nein. Da wird wer geköpft vielleicht. Da wird wer geköpft vielleicht. Da wird wer geköpft vielleicht. Nee. Da hat keiner gesehen. Da hat keiner gesehen. Da hat er drüber nicht. Gebutzen, wo I'm fucking... Ist das ein Song? Ja. Ist das ein Song? Das ist ja fast lustig. Wow. Ich fand schon mal wieder Alex. Und das von Juli, das ist schon echt schade. Ich würde mir Gedanken machen. Stopp's! Oh Scheiße. Stopp's? Hast du grad mich geschaut? Ja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Du bist gar nicht weiß. Ich hab's für dich versucht. Schädig. Hä? Weiß ich auch. Oh oh, der Feuerring. Ich bin Deutsche. Boah, war das krass. Und hinten hast du eine weiße Motorradfahrt. Mach mal was da vorne. Ich sing da immer. Jetzt geht's rund. Absolut keine Kontrolle mehr. Alles alleine. Ist sie da schön? Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Nein. Oh. Aber in der Luft kann man ja gut lenken. Jetzt kommt die fieseste Kurve der Strecke. Ich brauch den Punkt. Kontra. Du halt. Okay, war die. Ja, bei mir warst du links. Achso, okay. Bei mir warst du rechts von mir. Okay. Oh, das sind sie ja alles. Das ist einfach nur evil gewesen. Oh mein Gott, ein paar Leute. Oh, die Stromleitung. Aber ich find trotzdem, dass es unglaublich gut funktioniert. GTA ist krass. Das ist doch das einzige. Die Ladezeiten sind ein bisschen horser. Ja, aber nein. Ich mein, das Rennen an sich finde ich da ist GTA echt top. Ja, ja. Ja. Das ist doch das einzige. Oh. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Das passiert eigentlich auch nur mit dem Motorrad. Ja, das passiert echt nur mit dem Motorrad. Ich geh davon aus, dass das Motorrad trotzdem so ein bisschen Autoabfrage hat. Und wenn zwei nebeneinander stehen, weißt du nicht. Oh. Ja. 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 Was denn? Ich bin nur noch mal vorbeigefahren. Ja. Mit dem Finger. Das war ne Klampe geschehen. Nein, Juli. Das war ne Klampe geschehen. Flocke. Da ist ne Trampe. 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 Ich bin echt im Baum gelandet. Ja. Ich bin oben drin gelandet und bin runtergerutscht. Da randet vorbei schneller. Nice. Hallo. Nein. Jetzt musst du von jetzt direkt ins Ziel. Die einzige Chance. Direkt. Oh, geht nicht. Da ist ein Checkpoint. Hast du die bekommen? Ja. Du musst nur auf die richtige Seite. Du kannst ganz nah dran vorbeifahren. Ja, ich weiß. Was hast du da gemacht? Du wolltest nicht raushauen, ne? Na klar. Wer war denn jetzt Erster? Nein, ich war voll hier. Ich bin vor dem Zweiten war erster. Keiner. Keiner. Ich hab's gesehen. Nein, der von uns beiden war vorne. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab den Stream, weil ich schon durchgefahren bin, hab ich gerade gesehen, wie du durchgeflogen bist. Ja, ich hab gemein. Nein, ich bin vor dir. Nein. Nein, ich bin vor dir. Nein. Ich sag jetzt, ich bin vor dir. Nein. Doch. Nein. 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 Guckst du? Er war konzentriert. Ich hab den Nils gemacht. Guck mal, sogar relativ deutlich vor dir, ja? Ich hab den Nils gemacht. Ich bin Neuter. Was? Nein, ich bin. Tschuldigung, ich wollte das mit dem Tee funktionieren. Ja, das ist meiner. Der gehört mir. Ja. Hora, du warst dran. War's das schön? Ja, dann schaut bei einem anderen vorbei, außer bei Dalu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann war's, bla maior. Vielen Dank.